Ja, hallo und herzlich willkommen bei DWS Online. Mein Name ist Jens Gewinnus und ich möchte Ihnen das aktuelle Steuerrecht für Mitarbeiter Teil 3 für 2021 als Seminar empfehlen. Ja, spannende Themen warten wieder mal auf Sie. Unter anderem müssen selbst Kleinstunternehmen eine E-Bilanz abgeben. Ich kann schon vorweg Spoiler, leider ja, aber eben auch, wie wirkt sich zum Beispiel die Ergänzungspflegschaft bei der Betriebsaufspaltung aus? Etwas zivilrechtlich angehaucht, aber nichtsdestoweniger spannend. Und wie sieht es eigentlich mit der Mischnutzung aus, wenn man die erweiterte Kürzung der Gewerbesteuer in Anspruch nehmen will? Und ich meine nicht die Mischnutzung der eigenverwalteten Gebäude, sondern der fremdverwalteten Gebäude. Das und auch ein erbschaftsteuerliches Thema ist wieder Gegenstand des Seminars und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie einschalten. Vielen Dank.